Servus, ich bin die Babsi von Breitzloh. In meinem Kanal seht ihr, wie wir Bier brauen, wer bei uns arbeitet und was sonst noch so los ist. Heute erzähle ich euch mal was zur Geschichte von unserer Brauerei. Warum es in Loh überhaupt eine Brauerei gibt. Und dann sage ich viel Spaß beim Zuschauen. Hier sieht man jetzt meine Urgroßeltern, die Magdalena Lohmeier und den Michael Lohmeier. Das sind praktisch die Gründer der Brauerei. Mein Uropa hat sein Getreide nach Wasentegernbach gefahren und im Tausch dafür hat er das ganze Jahr über Bier bezogen gehabt aus Wasentegernbach. Und nachdem der Wirt in Wasentegernbach meinem Uropa immer weniger gezahlt hat für die Gersten. Wie alle anderen rundum hat mein Opa sich gedacht, er lasst sich jetzt das nicht länger gefallen und fangt einfach selber das Bierschen an. Er hatte nämlich erfahren von einem Braumeister, der in Loh auf die Jagd ging, dass man für den Eigenbedarf selber Bier brauen darf. Und zwar 20 Liter im Monat für den Eigenbedarf. Und dann hat er das angefangen. So hat jetzt das erste so ausgeschaut. Da war praktisch der Sudkessel mit 380 Liter, der Läuterbottich mit 310 Liter und das Kühlschiff mit 360 Liter. Man hat gebraut, wie wir es jetzt auch noch machen. Man hat eingemeischt in dem Sudkessel mit 380 Liter. Da hat man das heute erhitzt. Danach kam es in den Läuterbottich. Vom Läuterbottich aus, hat man dann das Klare wieder gekocht in dem 380 Liter Behälter. Und danach wurde das Ganze in das Kühlschiff rübergebracht mit den Eimer. Und da ist diese heiße Würze dann ausgekühlt. Und von da aus hat man es dann in den Kartoffelkeller getragen. Und es waren immer viele Leute auf dem Hof. Man sieht schon allein die Familie Lohmeier. Haben ja 6 Kinder gehabt. Also waren dann zu 8. Und auf dem Bild sieht man jetzt meinen Urgroßvater, eben den Michael Lohmeier, seine Frau. Wenn man jetzt im Urzeigersyndrom geht, der Max Lohmeier. Dann die Magdalena Lohmeier, später die Wagnerwirtin. Dann der Josef Lohmeier. Michael Lohmeier, der dann die Landwirtschaft gekriegt hat. Zwei Knechte und mein Opa, der Nikolas Lohmeier. Das muss ungefähr zur Gründerzeit gewesen sein. Nicht im Bild ist jetzt der Georg Lohmeier, der berühmte Schriftsteller. Ja, und die ganzen Leute haben ordentlich Durst gehabt und haben dann musiziert in der Sturm und mein Uroppa hat dann fleißig Bier ausgeschenkt. Und nachdem man das ja nicht umsonst hergeben kann, hat er etwas dafür verlangt. Und weil er was dafür verlangt hat, hat ihn dann eine unbekannte Person angezeigt. Und jeder andere, der sich davon ins Box her jagen lassen, aber nicht so mein Uroppa, der hat gesagt, wenn das so ist, dann machen wir das gewerblich. Und deswegen gibt es in Loh die Brauerei. So, das war's dann auch schon wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr da noch andere Videos von mir anschauen. Ansonsten gebt mir doch ein Like, abonniert mich, würde mich super freuen, wenn der Kanal weiter wächst. Bis zum nächsten Mal. Euer Babsi. Servus.